Und wir machen direkt weiter und mir ist eben eine Sache aufgefallen, wir sollten auf jeden Fall mal den Hauptgewinn ausrüsten, hier auf das Scharfschützengewehr liegen, das brauchen wir in letzter Zeit ja nur noch ganz ganz selten und wir brauchen es eigentlich eh nur in ganz speziellen Momenten, denn ich glaube der Revolver hat 44er Munition, hat das Scharfschützengewehr auch 44er, war das auch so die Rebar, ne, 44er braucht aber auch, oder ich weiß es gerade gar nicht, was brauchten die? Der Erlöser haben wir auch noch dabei, können wir weglegen, ach ja, jetzt fällt mir das wieder ein, wo wir das Ding gefunden haben, ich bin noch über den Stuhl gesprungen, auf einmal war es da, ne, naja, 42, okay, Erlöser legen wir auch mal weg, damit wir etwas leichter werden, wir gehen mal kurz durch, die brauchen wir, 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 beziehungsweise spielen wir, spielen wir, spielen wir, unsere gute Pump, Radierer, läuft, läuft, vielleicht haben wir schon geguckt nach dem, haben wir das schon, oh, ja, scheiße, ja, schwerer Lauf, alles klar, der Griff, bla bla, gut, ja, ich glaube, das Ding reißt ziemlich rein, meint er nicht auch? Wow, ähm, was kann das, was hat das nochmal für eine Spezialität, Feuer? Ja, steckt das Ziel, ja, steckt das Ziel in Brand, ba ba, ba ba, ba ba, okay, und jetzt würde ich doch gerne mal das hier folgendes machen, man muss auf Daten, ne, auf, doch, auf Daten gehen, dann auf Werkstätte und dann sehen wir hier, wo es überall Probleme gibt und es gibt sehr, sehr viele Werkstätte, bei denen es Probleme gibt, zum Beispiel die Ebenezi-Farm, lass uns da mal hingehen und gucken, ich glaube, da fehlt, ähm, noch so ein Radar-Ding, so eine Schüssel, damit die Leute rankommen, an unsere wunderschöne Speckstadt, oh, wir sind auch bald Level up, nice, haben wir eigentlich noch einen, noch einen Skillpunkt, oder haben wir, also ich habe letztens noch diesen starken Rücken ja komplett aufgebraucht, guck mal kurz rein, ja, wir haben sogar zwei und dann gleich wieder einen dritten, krass, wie schnell wir leveln, Wahnsinn, das können wir erst ab Level 40 machen, ne, das sind wir ja bald, das machen wir dann einfach voll, dann können wir insgesamt einfach komfortabler arbeiten, würde ich, würde ich mal so behaupten, was ist das hier oben, du verursacht jetzt 15% mehr Schaden im Kampf, ja moin, ja moin, 15% mehr Schaden ist immer gut, wenn ein Gegner explodiert, können Gegner in seiner Nähe dasselbe Schicksal erleiden, äh, das ist auch nicht schlecht, und wiederum das nächste, ähm, naja, ach, das ist der letzte Punkt, ah, klar, wir haben ja 3 von 4, ne, ne, der mysteriöse Fremde, den habe ich früher immer sehr gerne geskillt, der hilft dann oftmals in echt wichtigen Momenten, aber auch sehr oft bei wirklich verschissenen Momenten, wenn man so eine Bambusratte killt, kommt der dann angesprungen, wie so ein Dödel, als würde er uns wirklich so voll retten, so, ich helfe dir jetzt, und dann doch eher seltener bei so Hardcore-Gegnern, wo gerade noch ein Schuss fehlt oder so, da ist er dann doch nicht so, oder zumindest bei mir, nicht so extrem, äh, oft da, sehen Sie mal einen Sprinter, das steht, ja gut, da bekommen wir dann, äh, die Aktionspunkte wieder aufgefüllt, zu einer gewissen Chance, 4, ne, warte, Glück ist heute, jeder Treffer im Wett hat eine Chance, deine kritische Leiste zu füllen, oh, das ist nicht schlecht, da brauchen wir ja Glück aber auf 9, aha, wir haben noch, wir haben jetzt nur noch einen, wir warten jetzt mal wieder ab, so, lasst uns mal sehen, was wir hier machen können, Schutz nur 2, ist natürlich viel zu wenig, und es gibt ja sicherlich auch keinen Generator, weil hier nach wie vor nur 2, äh, 3 Leute sind, ich gehe einfach mal hoch, und stelle das oben auf, oh, hallo, nein, 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 what the fuck, ich will sehen, was da abgeht, okay, da gehen wir gleich hin, hm, ist sowohl schon fertig, na, doch nicht, ich mach's hier oben, bin ich eng, da stört's am wenigsten, Generator, so, zack, und zack, und dann machen wir auch direkt hier hinten, Richtung der Schießerei, mal ein kleines Geschütz, und gehen da mal direkt hin, das würde mich jetzt doch sehr interessieren, was da so abgeht, was ist da vorne wieder los, das sind wahrscheinlich diese, ja, Rust Devils, genau, gegen wen, gegen, gegen wen oder was wird da gespielt, ich seh's nicht, zweifacher Schaden, wo ist denn der jetzt, weiß nicht genau, auf was die da schießen, oh, hallo, oh, komm, ähm, so, 0%, what the fuck, oh, Leute, oh, ja, moin, shit, der labert wie der Konz, was, ich will nicht auf den Schie, ist er voll, ist er voll, boah, aber die, also diese, dieser, dieser Hauptgewinn, ist das der, warte mal, ist das der Hauptgewinn oder Kelloggs Waffe, der Hauptgewinn ist ja sogar nice, eh, dass wir das Ding gefunden haben, oder, richtiger Brocken, häh, ne, pff, okay, gegen die Roboter ist vielleicht nicht so ultra nice, die sehen, das scheiß, finde ich richtig, ich gucke mal kurz zum Wetz, was das bringt, Halt, auf dem Körper machen wir deutlich mehr Schaden, als auf dem Kopf, bam, 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 und ich greff, ja, wie ein König, meh, nice, so, wer, das sind einfach Siedler hier, Rustable, okay, das sieht aber auch aus, wie ein Siedler, ja klar, hier ist alles voll, liquid D, ganz viele brauchbare Sachen, lalalalalala, wo sind die ganzen Leichen, da vorne sind noch zwei, ich finde es merkwürdig, dass diese Leute, irgendwie nie Kronkorken dabei haben, die müssten eigentlich auch gestopft sein, mit Kronkorken, nicht ultra gestopft, aber halt schon einige, ein paar, also zumindest so ein, zwei, da haben die Siedler ja mehr dabei, ich habe, die Siedler gehen jetzt gerade hier drüben hin, kann ich das hier auch entfernen, kann ich ihn bauen, ne, kann ich ihn bauen, muss es schade, nun ja, kurz noch hier zu Ende schauen, zu Ende schauen, dass wir die Siedlung hier noch komplett fertig machen, also schon mal ein paar Betten reinstellen und so, ich glaube, die haben noch zu wenig, ähm, ja, vier Betten, vier Leute, okay, da ist schon jemand dazugekommen, nice, 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 da habe ich durch, dankeschön, hier drin können wir auch auf jeden Fall mal ein bisschen aufräumen, es ist ja wie ein Puff bei euch, so, geht eh alles nicht mehr, da hinten kann noch jemand schlafen, hier, ja, und das, ich weiß nicht, was er hier alles, ein Kram braucht, was macht ihr denn, ganz viel Dünger, so, so, ähm, machen wir ein paar Betten rein, so, direkt hier in die Ecke eins, und dann da noch eins hin, ich hänge an irgendwas hinter mir, ihr habt nur Matratzen, das ist halt echt bitter, aber auch nicht schlimm, hab ich da schon geräumt, jawohl, wir waren schon sehr fleißig hier bei denen, hier kann auch jemand, na, das ist das Klo, da muss das nicht zwingend jemand schlafen, aber, na, das blockiert dann auch die Leute, hm, ach, oben ist ja auch noch überdacht, ne, hier ist ja eigentlich, äh, Platz für so ein paar Bettchen, für die, die außen, die außen chillen, guck mal, die kriegen jetzt sogar Schlafsäcke, hier oben wohnen die richtig coolen, das sind die, die Leute, die Wache halten, hier oben, das passt wenigstens gut hier zum, zum Flan, zum Flan, und dann können wir auch direkt, halt noch so einen, so einen, äh, Wachholzposten, da hinstellen, hier, so, und die bewachen das von hier oben, das sieht doch noch was aus hier, oder, ist doch schön, ja, voilà, jetzt ist es halt ein bisschen laut, aber okay, komm, was soll's, was soll's, Essen haben wir genug, Wasser haben wir nur für drei, dann stocken wir das auch direkt auf, wo sind eure Brunnen, am Feld irgendwo, ich mach den Brunnen hier drüben hinten, zur Feuerstelle, kann man das Feuer direkt auspusten, wenn's so schlimm wird, okay, warum wird das jetzt angezeigt, ach so, ja, wir sollen hier unbedingt diesen Roboter-Kack-Ding hinbauen, na komm, dann machen wir das direkt, dann kriegen wir hier auch nichts mehr angezeigt, das ist hier drüben, hier, die Roboter-Werkbank, das ist einfach unsere Roboter-Hochburg hier, und zwar werden wir die hier kreieren, hier, hier, boom, jetzt kann man hier reingehen, und halt ein Automatron entwickeln, äh, machen wir jetzt nicht, ich wollte eigentlich zurückgehen, und dann kann man hier alles mögliche machen, so richtig cool, also man kann alleine schon, also der muss nicht so auf den, auf den, so sein wie der hier, man kann auch so ein Couchworth draus machen, und so weiter und so fort, das ist ziemlich cool, und mit den Mods, die wir haben, die müssen wir uns dann halt noch einstecken, mit denen kann man dann weiterbauen, und die immer cooler machen, so, Daten, Werkstätte, Außenposten, Simone, Simone, du bist doch da drüben hängen, oder? Ne, Landhaus in der Küste, ah, da oben ist das Ding, die haben auch Probleme, was für Probleme habt ihr denn? Wie kann ich euch behilflich sein? Ich will, dass die richtig krass angegriffen werden, die, die Außenposten, immer wenn ich da bin, sollen, sollen Angriffe getriggert werden, aber so richtig harte, dass man wirklich fighten muss, weil nicht so, äh, Pille, Palle, vier Mutanten, und das war, ich sprech vom Teifel, und dann, pumpt da schon der Teifel, so, heißt das, net, chä, ping, ping, boom, das war noch einer, Scheiße, naja, komm, wir brauchen mehr Wasser, eine neue Wasserpumpe, wir flüchst, scheiß mich nicht von der Seite an, ich bin doch schon da, I can't do this, I can't do this, look at the break, I can't find you too, too shitties, oh, too shitties, so, habt ihr noch irgendwie umgefallene Holzsachen, die ihr nicht mehr braucht da oben, damit wir immer schön viel Holz am Start haben, des Weiteren brauchen wir Betten und Schutz, hier sind noch ein paar unzugewiesene Leute, aber das, der Schutz ist schon zugewiesen, gut, dann machen wir hier vorne, aber noch einen Wachposten, also seitlich hin, so, na, das wird nicht viel bringen, da ist ja eh nichts, kann mir gut vorstellen, dass da oben einige Leute kommen, es gibt auch, also, ich weiß, dass man sich das Spawn-Tag einfach anschauen kann, irgendwo in so, auf so Karten-Tutorials, man kann sich eine Mod runterladen und da dann die Spawns anzeigen lassen, die Spawn-Punkte, wo eben die Gegner immer herkommen, das ist irgendwie saudumm, das ist ja voll die Stufe, naja, da müssen wir halt noch so ein Geschütz machen, 16, wir haben ja 16 Leute, warum ist das hier oben so krass beliebt, das hab ich gar nicht, das ist doch jetzt nicht, nicht irgendwie übermäßig schön, oder? So, level up, brauchen ultra viele Betten, jetzt machen die auch noch Kunststückchen hier, aber ihr seid mal vielleicht schon abgefahren, das Volk, nice, 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 hier geht es weiter, es gibt auch einige Leute, die sehr gerne, ne, können wir mal ganz richtig, schon sagen, die sehr gerne unter freiem Himmel schlafen, aber nein, die schlafen nicht gerne unter freiem Himmel, krass, ich bin so ein richtiger Bauherr, ne, das ist abnormal, das ist abnormal, du, das ist abnormal, ab, na, das ist hier ein Weg, es gibt auch kleine Plattformen, wo sind denn die, gibt es bei den Treppen nicht auch so eine kleine, irgendwo gibt es eine kleine, äh, kleine Böden, so kleine Stinkeböden, hier, ha, wunderschön, und dann gibt es ja noch, gibt es ja noch dementsprechend kleine Wände, ne, doch, wow, die muss man ja, also die ist ja wirklich hochgenau hier, was ist denn das, Strukturen, Holzwände, Hüttenwand, naja, komm, mach ich halt, die setzt sich halt händisch, die setzt sich einfach händisch dahin, komm, ah, da können wir doch normale hinsetzen, so, genau, ah, ich hatte kurz eine kleine, und jetzt haben wir hier noch ein Dächlein drauf, krass, ich bin einfach so begabt, ey, wie so ein Bartstund, ich bin so begabt, ach, es ist richtig nervig, wenn man so begabt ist, verkrackte Kerke, das ist mir einfach zu niedrig hier, das ist mir, das muss nochmal höher, ich will richtig, ich will richtig, Rambazamba hier, Kokolores, 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 das ist doch Kokolores, leider nicht, mach mal doch das Dach direkt hier drauf, gibt es hier so ein leicht, guck mal da, das sieht doch super aus, ach Gott, ist das schön, ist das ein schönes Dach, ach Gott, ach Gott, als Kind hätte ich gern so ein Dach bei mir im Zimmerlück gehabt, ach, ist das nicht schön, ist das nicht fein, ein ganz ein feines Dach ist das, mit, mit Affenraketenpiloten, total schön, total schön, so, Leute, ich habe euch hier einige, eine Domizilerweiterung gebaut, wie ihr sie euch gewünscht habt, das kostet dann lächerliche 80.000 Euro mehr an Miete für euch, aber ihr seid ja auch 16 Leute, 16 Leute, die 80.000 sind ja in der Theorie von alleine bezahlt, guck mal hier, 13 Betten, und hier oben, geht es direkt weiter, ne, will nicht total frech sein, ach, wisst ihr was, bin ich vielleicht doch frech, kann ich, kann ich hier nicht irgendwie noch, ich brauche hier noch so eine kleine Hütte hin, und dann ist aber auch mal gut, mit dem Hüttenkoller, so, Lagerhäuser, ich brauche hier einfach ein Lagerhaus hin, ein Schlaflagerhaus, das ist immer so groß, ich ist zu big, ich ist zu, boah, ich ist zu big, so, hiermit baue ich euch noch eine, eine, eine wunderbare Sache hier hin, ähm, ja, Frau, du stehst mir leicht im Weg, und zwar, das geht ja nicht so völlig automatisch dran noch irgendwo, hallo, 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 ha, ha, hi, 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 ho, 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 da können wir jetzt die Betten, äh, die, ja doch, die Betten hin machen, immer, immer, immer zwei in so ein Ding, so, dass man halt gerade noch irgendwie durchlaufen kann, ich hoffe, dass es, das geht, dass in der Mitte Platz ist, und man die dann von der Mitte aus betreten kann, wunderschöner Scheiß, vielleicht nicht optimal, aber schon nicht schlecht, so, habe ich nicht ganz mitgedacht, ha, 19 Betten, und wisst ihr, was ihr jetzt da auch noch bekommt, ihr werdet es nicht glauben, ihr bekommt mal so einen schließenden Laden, so einen, so einen Saftverkäufer, so eine Saftschubse, kriegt ihr auch noch hier mit reingestellt, freut euch das, ja, das freut euch natürlich, alles klar, alles klar, hier, so, du, du machst das, verstehe, verstehe, das klang fast irgendwie unfreundlich, aber schnell, ich verstehe schon, ja, ich verstehe schon, geh hin, du musst das auch machen, so, Essen, nur sechs, Leute, hä, wie konntet ihr die ganze Zeit überleben, 16 Leute, die haben nur sechs Essen, also, frag dich nichts, ja, setzen wir halt die kleinen Körnchen hier rein, ne, 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 oh, das wird so lecker für euch, ne, eine richtig schöne Kartoffel, äh, ich meine Karottensuppe, das habe ich doch schon lange gewünscht, ja, mehr, mehr, ich wollte ja letztens diesen Test machen, von dem ich gefaselt habe, da, ja, dass so und so viele Leute irgendwie, oder pro Kopf irgendwie nur, so und so viele Pflanzen bearbeitet werden können, das könnte ich jetzt nochmal machen, aber, jetzt habe ich nicht mitgezählt, ich glaube, es sind aber schon fast 30 Stück, die ich hier gesetzt habe, die nehmen es aber auch von alleine an, sind schon zwölf geworden, komm, wir machen einfach noch den Rest, beziehungsweise noch ein paar, was will eigentlich die Tante da, die daneben mir steht, will die Hallo sagen, hallo, ich bin hier eingezogen, bei dir in deine Kacke, du, warte mal, warte mal, die meisten sind, sind die schon bei dir, ne, nicht wirklich, okay, okay, achtung, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, oh nice, achten ist schon mal nicht schlecht, achten ist gut, jetzt fehlt da noch Energie, aber Energie gibt es ja kein, da gibt es ja kein Maß, was sie gerne hätten, es gibt es jetzt, wir haben jetzt so viele Leute, die gar nichts machen, eigentlich, eigentlich könnten wir hier voll die, voll die Geldmaschine draus machen, und dann einfach ganz viele Läden hinstellen, oder halt zumindest, ja, eine Erste-Hilfestation, die kommt glaube ich immer gut, die kostet 600, Kronkorb, not bad dude, obwohl, ne, wisst ihr was, sowas sollten wir wirklich nur in einem einzigen Punkt machen, also dann auf Spektakel Island, aber wisst ihr was, wir setzen die einfach um, viel Spaß, Spektakel Island, ne, das hängt schon hin, das ist ja falsch, ja, auf auf und dahin, du Sack, du, auch, Zack, ja, und, ach komm, weißt du was, du auch, dann haben wir da schon mal ein paar Leute, die ein bisschen was machen, komm, der auch noch hier, 16 Leute, wir können eigentlich, wir machen jetzt noch die da, die Polizistin, die Ex-Polizistin, die darf auch noch rüber, so, jetzt haben wir 11 hier, das ist schon mal gut, haben wir 5 abgegeben, und haben wahrscheinlich jetzt auch hier einen guten Fortschritt gemacht, was, Schutz 10, wie, tatsächlich, hä, war das nicht eben mehr als ausreichend, der Schutz, habt ihr das da oben, habt ihr das hier angenommen, dieses Ding, du, bist du da drin, arbeitet da jemand, ne, naja, wenn ihr nicht die Sachen besetzt, da kann ich auch nichts mehr, guck mal, 16 auf einmal, ich glaube, die haben gerade eben aufgehört, hier zu arbeiten, Leute, so geht es aber nicht, ah, und schön die Waffen von denen hier verwerten, ja, ja, gut, jetzt müsste es gut sein, ja, jetzt ist gut, komm, Moment, da müssen wir nicht betten, gehen wir auch mal hin, so, und, so, na, ich drücke auf nein, sehr überlegt von mir, ja, und mit dem, mit dem Verdienen, da müssen wir halt dann auch gucken, dass wir da immer, weiß jemand, ob diese Kronkorken auf alle Werkbänke transferiert werden, die man verdient, oder sind die immer nur in der einzelnen, also in der Stadt, ja, man muss in die Stadt und das abholen, das war, doch, ich weiß es sogar ziemlich genau, ja, man muss das immer in der Scheißstadt abholen, das ist natürlich dumm, wir sollten unsere Matten immer an die Dinger machen, immer, hoppala, ja, man soll, wir müssen, wir machen einfach diese Matten, diese Willkommensmatten, die sind hier bei, Sack, 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 Hoppala, ähm, Scheiß noch weg, lalalala, danke für das ganze Zeug, die sind bei Ressourcen, habt ihr mir geschrieben, Ressourcen und bei sonstiges, und da haben wir sie schon, da war Kommensmaterial, Sack, so, was gibt es hier noch, ein Pranger, ein Frisierstuhl, OP-Stuhl, Sirene, eine Glocke, geiler Scheiß, was es hier alles gibt, okay, mh, ihr wollt Schutz haben, was ich irgendwie nicht begreifen kann, aber okay, er kriegt Schutz, er kriegt Schutz, ja, du bist neu in der Gegend, ich hab's mitbekommen, uh, weh, du bist arbeitslos, Achtung, aha, nicht zugewiesen, ich muss arbeiten, ich mach grad diese, diese Geste mit der Hand, so, ja, ja, Laber, du, arbeitende, arbeitende Frau, hör mal zu, du musst jetzt wirklich arbeiten, und zwar, musst du ja draußen, what the fuck, what the fuck, what the fuck, okay, ich merk schon, ich hab ja ne Problematik mit der Tür, die geht von alleine zu, das heißt, wir machen einfach die erste Verteidigungsanlage halt da rein, ähm, das ist jetzt zwar nicht mehr diese Frau, die ich meinte, aber egal, zack, verstehe, und, äh, die Anlagen schießen, man merkt es, was schießen, was schießen die, hat, schießt, schießt mein, geschütz, die geschütze, der, der Gegner ab, bin gerade ein bisschen, bin gerade ein bisschen brain gefilgt, ist das möglich, ja, ne, ich glaube, mein geschütz hat, die, hat die anderen geschütze abgeschossen, ey, wenn wir unsere geschütze da hochstellen, das ist natürlich richtig nice, da, kommen wir da hoch, also, wenn wir uns hochbauen, auf jeden Fall, aber vielleicht kann ich ja einfach aus dem Stand da hochbauen, gucken wir mal, ich bin natürlich optimoppe, zählt das hier nicht als, äh, Baugrund, kann natürlich sein, dass es nie als, ja, nie als Baugrund zählt, ich weiß nicht, ob die Geschütze überhaupt irgendwas machen für uns, ob die uns helfen, da bin ich mir gerade nicht so einig, aber hier, can ich da einfach eins draufstellen, hahaha, man kann sogar einfach auf die Ding stellen, sick, sick, krass, krasser Scheiß, das schießt echt die Geschütze ab, meine Geschütze schießen die anderen Geschütze ab, irgendwie darum, aber okay, ja, Dann ersetze ich die einfach mit meinen. Ähm, eben ging es. Hä? Hallo, hallo, hallo? Was soll doch da vorne gucken? Liegt das da im Weg, oder was? Das hier müsste auch reichen. Ah, so. Okay, das ist jetzt genug. Das ist jetzt auf jeden Fall genug Sicherung, was wir hier haben. Betten haben wir neun, sieben. Wo ist denn der? Ah ja, da steht draußen der Mast. Dann haben wir draußen aufgestellt. Genau, dann können wir noch ein paar Betten reinstellen. Drin ist ja noch ultra viel Platz. Was ist die Tür jetzt? Wir brauchen ja keine Türen in dieser Stadt. Versteht ihr mich? Ihr Bahn-Gütz. Teppich entfernt. Kann man die Zigaretten auch? Man kann sogar Stoff... Das sind Stoff-Zigaretten. Das sind die guten. Das sind die ungiftigen. So. Der darf direkt am Fenster schlafen. Es darf noch jemand hier neben dran schlafen. Und somit sind wir auf elf Betten. Und ich denke, elf Betten... Elf-Elf-Bettchen sind schon mal passend. Da sind ja Doppelbetten. Okay. Nice. Das reicht auch aus. Das reicht auf jeden Fall aus. Ich will mal ganz kurz hier in den Außenposten gehen. Dann haben wir nämlich da auch die Matte liegen. Und die liegen wir grundsätzlich... Jetzt haben wir hier aber keinen Markt gebaut. Ich bin so dumm. Naja. Nächstes Mal dann. Dann haben wir die Matten grundsätzlich dort liegen, wo wir die Märkte haben. Also höchstwahrscheinlich dann in jeder Siedlung, damit wir dann nochmal Einkommen haben. Wie gesagt, pro Markt... Also entweder pro Markt 50 Kronkorken pro Tag. Oder pro Siedlung 50 Kronkorken pro Tag. Das wäre natürlich ein bisschen mau. Aber ihr wisst ja, wie es ist. So. Und da haben wir es. Was ist hier hin? Okay. Ist der was? Dann gehen wir direkt nochmal hier hin. Da gibt es ja so viele Leute, die... Ich muss arbeiten sagen, die da doch keine Arbeit haben. Den geben wir jetzt Arbeit, indem wir dann mindestens noch eine Tränke, Schenke... reinstellen. Also praktisch eine Menschen tränke. Dann ist da nämlich auch direkt die Möglichkeit, für diese ganzen Leute, die so gerne arbeiten... Ein bisschen zu arbeiten. Und direkt Cash für uns zu generieren. So. Sehr gut. Hat gut geklappt mit dem Spawn. Läden. Gastronomie. Ich würde gerne den Deezer da weghauen. Ich will die Gastronomie direkt da hinstellen. Das ist ein schöner Platz. Ich will die Gastronomie da hinstellen. Ich will das dahin. Und... Äh... Du bist zugewiesen. Du bist bestimmt nicht zuge... Du bist nicht zugewiesen. Bitteschön, Mademoiselle. Okay. Okay. Und schon... Passt es. Wie viel Cash haben wir eigentlich? Letztens... Oh, wir hatten letztens irgendwas mit 7000. Jetzt haben wir bald nur noch, äh... Glatte 6000. Aber wir brauchen hier auch ständig irgendeinen coolen Kram. Die Burg. Zwölf Leute. Oh. Die war aber echt stark unterbesetzt. Wenn ich mich da zu Recht... Äh... Recht... Zurück erinnere. Da hatten wir nie viel. Da haben wir gerade noch letztens die Mission gemacht mit diesem... Mit dieser Waffenkammer. Und da, äh... Ich glaube, da waren 3 oder 4 da. Zwölf ist schon mal echt eine gute Zahl. Ich habe auch niemanden hingeschickt. Also nicht, dass ich wüsste. Na, ist gut. Ist gut. Ich verstehe diese Minute mehr nicht. Ja. Warum zum Teufel sollte man einer Gruppe einfacher Farmer und Siedler kostenlos helfen? Weil das ist total wichtig, du dumme Kuh. Du bist so dumm und gemein, ey. Voll die... Voll die gemeine Frau, ey. Benötigt 10. Generiert 10. Wo ist unser restlicher Strom? Scheinbar haben wir hier... Aha. Ähm... Ja. Lichter kann man hier natürlich auch hinmachen. Aber wir sind jetzt erstmal nur für die Betten da und für den ganzen anderen Scheiß. Hier kommt ein Bettchen hin. Fast die Mucke ist echt laut. Warum ist die Mucke laut? Wegen dem Radio-Scheiß-Kack-Ding hier, ne? Wir stehen ja direkt am Sender. Ist ja... Da steht schon ein Laden. Erste-Hilfe-Station ist nicht besetzt. Du. Bitteschön. Okay. Okay, er schläft. Okay. Wot, wot. In der Nacht. So. Und schön viel Abstand zueinander. Da geht's runter. Da weiß ich erstmal nichts. Ach, komm. Äh... Nicht mit viel Abstand. Wer braucht schon Abstand, wenn man sich gern hat. So. Und... Komm. Na. Eben ging's doch. So. Genug Betten. Auch direkt ein bisschen im Voraus. Bettchen gebaut. Hier noch eins hin. Und drüben noch eins hin. Ne, das schwebt. Das sieht dann dumm aus. Und jetzt können wir hier draußen auch wieder bei Ressourcen natürlich den Ding nehmen. Die Matte. Direkt dahin. Und auch diverse Läden hinbauen. Also zumindest Minimum einfach mal überall so ein Gastronomie-Ding hinbauen. Damit wir hier einfach äh... Geld haben und die Moral hier hoch geht. Wahrscheinlich liegen die jetzt alle im Bett, ne? Ist ja mitten in der Nacht. Ist da noch Bett-Time. Nein, keine Betten. Aber Zeug. Zum Wegkloppen. Hm. Zack, zack, zack. Zata. Asbest. Ist hier jetzt noch irgendjemand? Du bist hier zugewiesen. Du bist auch zugewiesen. Ähm. Schlafende Leute. Wo seid ihr? Ich hab da drüben auch noch Betten. Boah, da ist viel Zeug. Ah. Hallo? Hä? Waren hier nicht noch irgendwo Betten gestanden? Ich bin da so ein bisschen überfragt. Hoppala. Oh, eine Rakete. Ne, eine Rakete. Ich wollte gerade sagen, ein Raketenschuss. Uh. Du. Bist zugewiesen. Du bist nicht zugewiesen. Halt, wer ist denn das? Ich hatte kurz der Preston. Der Preston. Der hat nämlich keine Zeit für so Klimbim hier. Kukuloris. Klar. Bist du jetzt auch wirklich dran? Warum ist Energie immer noch rot? Das hab ich nicht. Also was brauchen wir hier? Was frisst denn hier angeblich nach Energie? Was ist denn das hier überhaupt? Das ist ein Schalter. Cool. Was macht man damit? Was ist denn hier reingeführt? Ach so. Das ist da mit gemeint. Also diese Energieversorgung hier drin. Das können wir anschließen und dann hier drin den gesamten Strom anschalten. Da sind wir schon... Ey, optimal. Cool. Das hab ich gar nicht gesehen. Am I bland? Am I bland? Na gut, dein Laden steht jetzt echt ein bisschen im Weg. Hier ist Radio Freedom. Es ist 4 Uhr. Äh, geh mal kurz dahin. Keine Meldung. Wir halten euch auf dem Laufstück. Nee. Scheiße. Hier. Du musst hier arbeiten. Und du? Hier. Klar. Klar. Jetzt gucken wir mal. Ha! Überall Licht. Oh, das ist sehr cool. Hier sieht man mal direkt die Optimalverteilung beziehungsweise eine Art der Verteilung. Ist oben auch was an? Wie sie da stehen und rollen und rumdrehen wollen da. Die haben das schon mal alle besetzt. Das ist gut. Oh, das wollte mich... Ist das... Energie ist vielleicht auch weg? Nee, ist das weg. Naja, keine Ahnung. Immerhin geht alles andere. Das heißt, wir können weitergucken. Oh, wir haben schon 30 Minuten. What the fuck? Okay, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.